So, und jetzt, nach der Liebe kommt, kommt jetzt schon wieder direkt der Hass durch. Ist das nicht toll? Okay. Halt dich doch mal einfach fest. Halt dich nicht fest. Ich weiß nicht, ob es an der verzögerten Steuerung liegt und die ist hier hart verzögert, aber es klappt halt manchmal nicht, ne? Alter, ich, wie auf... Hier, wie so besser? Jetzt wollte ich mal ganz gechillt einfach nur einen Knopf drücken, ne? Nämlich vier, ganz oft, bis das fertig ist. Da waren auf einmal 30 von den Zeichen. Da hab ich sie halt einfach alle gedrückt. Nein! Ist mir scheißegal, du kriegst das noch hin. Danke. Alter, ey. Tomb Raider komm ich besser mit zurecht. Und das ist hart, ich weiß. Oh, was ist denn mit meinem Ohr heute los? Es ist heute... Entschuldigung, ich muss aber kurz das Headset rumfummeln. Sehr empfindlich. Ich muss gleich noch durchgeblättert machen. So. Na, gleich erst mal ein bisschen was frühstücken. Du hast dich doch festgehalten, warum darfst du... Ja, schluck Kaffee. Und sonst, alles fit. Ich hab gestern übrigens mit, äh... Alien, Dark, hab ich ja, glaub ich, schon gesagt, grad, ne? Dass ich das kurz reingeworfen hab. Äh, Dark... Descent, Descent... Wie heißt das Spiel? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall angefangen, ne? Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich weiß aber noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich war ja, ähm... Leider auch von Fireteam Elite, äh... So... So hieß das überhaupt so, das Spiel? Ich weiß es nicht. So enttäuscht auf jeden Fall. Ich fand das eigentlich, das Konzept, ganz geil. Ich, ey, ohne Scheiß, was ist denn hier los, Mann? Warum kriegst du das denn nicht hin? Weil der Trigger hat ja auch nicht die Position, die er einnehmen soll, ne? Dieses an der Kante entlang... Äh, Schleichen, Balancieren, wie auch immer man das nennen möchte. Das hätte jetzt eigentlich getriggert werden müssen, war aber nicht. Sonst hat es mich einfach ganz normal gelaufen. Das führte nun mal zum Absturz. Diesmal wollte er sich auch nicht noch auffangen, ne? Verrückt. Das ist aber erschreckend, wie lange ich hier an Stellen sitze, wo es einfach gar nicht notwendig ist, ne? Vor allem hier weiß ich halt wenigstens grundsätzlich, wie ich weiterkomme, offensichtlich. Aber, ja. Hilft ja nix. Wenn ich die ganze Zeit verrecke. Weil sich der Penner nicht festhalten will, Mann. So, nochmal. Ups. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich hab einfach nur den falschen Schnauf gedrückt. Eigentlich nicht den falschen Schnauf, ich hab ihn einfach nur zu früh gedrückt, weil ich dachte, ich wär schon vielleicht oben. So. So. Genau. Und fesseln. Ja! Geht doch, mein Gott. Hoch. Und bitte noch einmal hoch. Vielen herzlichen Dank. So, was lieber... Ich glaub, wir machen's lieber vorsichtig. Genau. Ich werd hier nicht mehr laufen. Ne. Im gar keinen Fall. Und hüpp. Ja. Ja. Speicherpunkt bitte jetzt hier. Sofort. Hupp. Bäh. Ähm. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier tun soll, aber... Ähm. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Scheiße. Soll ich da mal auf die Säule springen? Macht das Sinn? Oder muss ich mich hier jetzt irgendwie an dem Klettergezumpel... Entlangzumpel? Ne, ne? Das macht keinen Sinn. Da oben ist auch nichts mehr. Komm ich so weit? Das ist die große Preisfrage. Das weiß ich halt leider auch nicht. Wenn man vor mir ist. Wir klettern erst mal auf die Kette. Ja, genau. So eine Straßenkehrmaschine am Start. Wahrscheinlich dieselbe sogar. Ich könnte natürlich jetzt... Machen wir auch. Hui. Ey, habt ihr gesehen, dass der mitten in der Luft gebremst hat beim Sprung? Was soll das denn? Danke für den Speicherpunkt auf jeden Fall. Was ist das denn für ein dreuliger Ranz? Das ist auch eine geile Alliteration, ne? Da, habt ihr gesehen? Ich wurde schon wieder abgebremst. Bei der Spiele, die ich möchte, dass ich das vereinfache. Mit in der Luft einfach einen Schwung verloren. Wie geil ist das denn? Weil, ist okay, aber ganz ehrlich, dann baut er wenigstens eine Mauer hin oder so. Macht nicht so einen Scheiß und denkt, dass ich das hinbekommen kann. Oder dass ich dann irgendwie von dem Riesenalbertross aus der Luft dann weggefischt werde oder so. Wäre ja auch in Ordnung. So. Von mir aus gehe ich auch nach ganz oben. Ist doch scheißegal. Och, Vögel! Guck mal! Geil. Andere Lebewesen. Guck mal, du musst mich gleich wieder mein Leben wahrscheinlich retten, ne? Oder? Hi! Was ist jetzt, wenn ich da jetzt runterspringe? Bin ich dann tot? Wir versuchen es auch mal. Hui! Nein. Hui! Hui! Hab ich gesagt. Du kannst so hoch nicht springen. Ich darf da nicht runterspringen. Hast du denn dein Essen gegessen? Alter! Ich bin hier oben noch. Das ist ja wohl bekannt, ne? Halt dich fest! Lass dich schwarzieren! Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wo bin ich? Okay. Also wie gesagt, die Speicherpunkte sind wirklich vollkommen in Ordnung. Ja, das passt, das passt, das passt. Halt dich fest. Dankeschön. Hätte ich vielleicht ein bisschen ziehen können, ne? Hätte ich dir auch vorwarten können. Hi! Na, alles klar. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Du gibst den Weg an. Du machst das, ne? Jetzt spiel bitte nicht mit dem Pendelgedöns da rum. Sieht verlockend aus, ich weiß, aber... Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ne? Also ich verlasse mich da schon jetzt so ein bisschen auf dich. Offensichtlich tut er das Gleiche. Willst du vielleicht auf die andere Seite? Guck mal da. Hier. Kann sich irgendwie umdrehen. Klappt ja. Dankeschön. Das reicht mir hier erstmal. Nein! Ich wollte mich erstmal hier umgucken. Hier ist einfach nichts. Oder? Nur eine Treppe, die nicht zu Ende gebaut wurde. Und irgendein... Flaschenzug, Seilzug, irgendwas. Spring gerne wieder dahin, wo du vorhin gesprungen bist. Jetzt hab ich hier so lang fest, ne? Genau. Und... Hep! Ich muss nur mal gucken, wie weit wir jetzt schon oben sind. Ja, okay. Das solltest du nicht tun, ne? Das ist dir... Klar. Weil das sieht nicht so stabil aus. Ach komm, was wir hier haben. Ah, alles klar. Okay. Noch den Rest vom Schützen fest. Oh, ne, damit! Ich glaub ich dafür nur nicht mitziehen lassen. Ach komm! So, weg. Kommst du jetzt? Wo ist der Klatscher? Hier ist der Klatscher. Brrrr. Ähm. Nein! Ich gucke mich doch noch festhalten. Bin tot, ne? Glaub ich. Ja. Ist okay. Ist in Ordnung. Nein, Fehler. Weil ich will ja immer gleichzeitig gucken, äh, erstmal, was passiert. Und natürlich will ich mein Leben auch retten, ne? Aber das, was passiert, find ich meistens interessanter, als mein Leben zu retten. Ist vielleicht die falsche Priorität, aber... Ist halt so. Ja, komm! Ich klatsch noch mal ein bisschen in die Hände. So, ich hab jetzt einfach an dir fest. Wenn wir sterben, bist du daran schuld. So, ganz einfach. Das Ding, der Hass ist, dass dein Leben kannst du selbst retten. Du hast keinen Bock auf festen Boden, ne? Kann das sein? Ist das tief? Alter, nee, ich lass dir nicht los. Nee. Was hast du? Spring hoch von mir aus. Lass dich jetzt erstmal beruhigen wieder hier, oder wat? Okay. Huck! Spring einfach mal irgendwie dahin, wenn's geht. Oder spring irgendwo hin, weil hier bringt uns nichts irgendwas, ne? Weil... Ah, warte, doch nicht. Warum möchtest du da jetzt nicht hier weg? Alter, die Kamera. Die Kamera und die Steuerung, ne? Als gemeinsamen Punkt. Ist hier echt nicht, ich weiß nicht, ne? Wenn du jetzt springen willst, dann hasse ich dich, ne? So, nochmal... Zack... Uiiuiuiuiuiuiuiuiuiuu, okay. Chill du doch mal gerne. Kein Problem. Äh. Ach, so. Wir klettern in der Zeit da mal wieder ein bisschen, ne? Links oder rechts? Auf jeden Fall links. So, fup. Fup, fup. Fup. Weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich sehe schon, was ich da machen muss. Alter, soll ich jetzt auf die andere Seite kommen? Dann das Tor runterlassen. Aber es sieht vielleicht gar nicht so weit aus, wie es aussieht. Weil da werde ich wahrscheinlich drüber balancieren dürfen. Ich hoffe nur nicht, dass ich auf Gegner treffe, weil das wäre ziemlich ungeil. Nö, da hätte ich nicht so viel Lust drauf. Hui. Was war das? Die Lampe nur. Ja, also viel zum Thema. Gehe ich dann, ne? Wir gehen erst mal runter, würde ich sagen. Diese Tore hier, ne? Die müssen doch auch irgendein Bewandtnis haben. Oder? Weil die sieht man andauernd hier. Die ist einfach dran vorbei, ne? Würde ich sagen. Ja, ist egal. Leck mich! Pupe kannst du mich schmatzen. So. Lauf! Wie gehe ich denn da kommen jetzt noch? Das wird nicht der einzige gewesen sein. Da bin ich mir relativ sicher. Warum ist das denn jetzt hier zu? Ich möchte mich jetzt nicht hier mit dem Gegner umgucken. Wir müssen echt nicht. Da habe ich echt keinen Gas drauf. Null. So. Das war ganz geil eigentlich, ne? Wow. Perfekte Abkürzung. Ja, beschieß mich ruhig. Das geht nicht durch Wände. Nein, nein. Du hast nicht die Railgun oder die andere Waffe von Perfect Dark, die durch Wände schießen kann. Mit, äh... Ich glaube, wir haben ja nicht. Das Bild hatte ich auch noch gehabt, ne? Ah, Perfect Dark war auch ein geiles Spiel, ey. Also ursprünglich für den 64 natürlich, ne? Schubs dich weg! Okay. Es hat nicht so gut funktioniert, wenn du wegschubsen. Boah, man muss hier so schnell drücken, ne? Das ist echt unglaublich. Oh, mein Gott. Also dafür, dass es eigentlich so ein Casual-Spiel sein soll, ne? What the fuck? Okay. Ey, 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 ihr... Ihr bewerft den jetzt oder was währenddessen? Das ist voll dreist. Da geht's lang. Weil diese ganzen engen Scheiß-Korridore hier, ne? Nach unten ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, ne? Nope! Leck mich! Na, die juckt jetzt auch noch währenddessen. Auch nicht so geil. Schiesel dich. Verschniesel. Verschniesel. Verschniesel.